Bist du bereits entdeckt? Hast du bereits entdeckt? Die sehen irgendwie alle gleich aus, ne? Okay. Gehen wir mal fix speichern und dann fladdern wir mal wieder los. Beziehungsweise gucken wir natürlich hier vorne nochmal in die Kisten. Und das nur auf einem Planeten, Leute. Ich habe mich von diesem Planeten noch nicht wegbewegt. Und ich weiß nicht mal, wie viele Planeten mein Sonnensystem hier hat. Oh mein Gott. Wo ist denn mein Schiff? Dahinter, okay. Ich bin irgendwie ziemlich... Warte mal, hier unten ist doch eine Höhle, ne? Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz gucken gehen, ob ich hier dieses... Auf Garantie würde ich das hier finden. Plutonium. Das meine ich hier, dieses grüne... Unmengen, Plutonium. Alles, was das jetzt begehrt. Kohlenstoff. Wartet mal. Okay. Rein theoretisch ist das hier eine unermessliche Quelle... ...für den, ähm... ...Markt. Jetzt ist die Frage, will ich denn sein Schiff überhaupt haben? Das ist halt die Frage. Ich bin gerade echt am Zweifeln. Ist das hier oben drüber? Oder hier eine Höhle? Die... Warte mal ganz kurz. Reisemeilenstein. Weil das so weit unten ist. Wisst ihr, was ich meine? Lebenserhaltungssystem-Energie niedrig. Ah, das ist irgendwie... ...glaub ich nicht von mir aus erreichbar. Ich gehe wieder hoch. Ich fliege rüber. Oh Gott. Das Spiel, ne? Das Spiel ist einfach... ...zink-Eisen haben wir alles gar nicht mehr drauf. Emeril hätten wir hier noch. Nickel. Ist halt die Frage, ne? Normalerweise sowas kann man natürlich extrem ausnutzen. ...die Höhlen räumen. Ähm, Emeril rausholen und ratzfatz hat man die 600.000 Units zusammen. Kann man eigentlich von ausgehen. Da ist Plutonium, ne? Ja. Und könnte das nächsthöre Schiff haben. Ist so die Frage, wollen wir das? Will ich das? Oh Gott. Hilfe! Bring fest! Es gibt noch so viel zu entdecken. Es gibt echt noch so viel zu entdecken. So, passt auf. Wir gehen jetzt. Wir gehen mal zur Fabrik da hinten. Ja, so viel dazu. Ich bin... Ja. Ah, ah. Hatte ich eigentlich gar nicht vor. Aber egal. Nein, ist nicht egal. Wir sind verwöhnt. Komm schon. Ist das eine Fabrik? Vor allem, ich will ja auch mal raus, ne? Ich will ja auch mal gucken, wie es oben aussieht auf dem Planeten. Oh Gott. Wie der Herstellungspunkt entdeckt. Was ist das denn? Ich will ja auch mal raus. Ich will ja auch mal raus. Ich will ja auch mal raus. Darum soll es ja nun nicht scheitern. Gott, wie viel Plutonium ich habe. Dafür geht mir das Eisen jetzt langsam wieder zur Neige. Ich habe doch gerade... Ja, genau. Das ist falsch hierhergestellt. Sehe ich gerade. Mist. 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 Weil mir jetzt Eisen fehlt. Natürlich. Ähm... Reicht. Produkt hergestellt. Hä? Habe ich gerade mein Schiff gerufen? Was es nicht alles gibt, was es nicht alles gibt. So, wie kommt man jetzt hier rein? Es sind schon wieder Tiere zu hören. Oh Gott, wie viele sind denn das? Nooo! Wow! Das ist aber unfair. Haben die jetzt abgelassen? Nein, ich werde beschossen. Nein, ich werde beschossen. Ich gehe jetzt mal kurz auf Abstand und dann lande ich und versuche... Ja, muss halt versuchen zu zerstören. Oh no! Jetzt muss ich wahrscheinlich hier bald vom Planeten fliehen. Ich bin jetzt ein Schwerverbrecher. Aber ich scheine abgelassen zu haben, ne? Es fehlen aber auch noch Tiere. So ein Scheiß. Muss man auf so'n Mist auch noch achten. Halt! Was ist das? Terminal, Terminal Galaktischen Markus. Achso. Okay, verstehe. Lebenserhaltungssystem Energie niedrig. Das stimmt wohl. Wisst ihr was, Leute? Ich mache jetzt Knallauffall. Ich gehe mal raus in den Weltall. Ich gucke mal, wie... ...unser Sonnensystem hier aussieht. Es sind also nur die Drohnen, die... Inventar voll. So klug war, weiß ich nicht. Keine freien Plätze im Schiffsinventar. Hm. Wir laden nochmal alles auf im Schiff im... ...und bei mir und dann zische ich hier ab. So. Glutonium. Technologie aufgeladen. Technologie aufgeladen. Ähm, wir nehmen natürlich Glutonium. Technologie aufgeladen. Platin. Keine freien Plätze im Schiffsinventar. Keine freien Plätze im Schiffsinventar. Zink, Platin. Okay. Gut. Ich würde sagen, Abmarsch. Wir fliegen jetzt nach oben. Raumschirmfilter fliegen. Zum Beschleunigen. Wege drückt halten. Na dann. Na dann. Ja, schön. Hallo? Was sind die Ruinenfelder? Ähm, ich versuche hier gerade... Okay, das ist dann mein Planet. So denke ich jedenfalls mal. Raumstation. Also es geht. Es ist ziemlich schwammig, muss ich sagen. Was die Steuerung jetzt angeht, meine ich. Da sind die anderen beiden... Oh, guck mal, dahinter den... Den blauen. Äh, jetzt ist die Raumstation weg, oder wie? Nee. Sieht gut aus. Gehen wir uns doch mal die anderen Planeten angucken, ne? Vor allem der dahinter. Der sieht ja irgendwie spannend aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. In acht Minuten. Ja, jetzt habe ich natürlich keinen Warp. Ähm, Thamium. Habe ich nebenbei eingesammelt. Achso, wartet mal. Aha. Ich werde beschossen. Okay. Scheiße. Nickel. Ich hätte schwören können, sie war dichter vorhin. Die bewegt sich weg von mir, ne? Kann das sein? Oh, er ist mal raus aus dem Trümmerfeld. Nee, von wegen. Okay. Ach, du Scheiße. Er befindet sich auf der anderen Seite die Seite vom Planeten. Warte mal, die Raumstation erreiche ich. Den kleinen Mond erreiche ich vorher. Ja. Alter, Vater. Woh, ho, ho. Die erreiche ich in 13 Minuten. Ja, Leute. Müsst ihr jetzt natürlich durch. Ja, mit Warp wäre es noch ein bisschen schneller. Aber ich weiß nicht, woher ich Antimaterie kriege. Okay. Unentdeckt, unentdeckt. Ja, komm. Augen zu und durch jetzt, ne? Ja. Wow. Der ist in 13 Minuten. Der ist also hinten dran, ne? Dann erst mal auf dem großen Planeten. Okay. Weil der Mond mich ja richtig interessiert, ne? Weil da scheint Wasser drauf zu sein. Okay. Und die Raumstation scheint irgendwie zwischen den beiden Planeten zu sein. Das ist Gypsy. Region F-Tonderm. Klasse F-6-F-4 Planeten. Du. Entdeckt von. Entfernung zum Zentrum. Och, nur die paar Lichtjahre. Warp unnötig, derzeitiger Standort. Klasse 6-Entdeckungs-Start ist unbekannt. 7,8-Lade. Ja. Okay, da brauchen wir aber definitiv Warp. Wow. Ich habe gerade gedacht, ich bin gereist. Aber nee. Das ist ein Hackengas hier. Okay. Okay. Aua. Ich sehe mich schon wieder in Notlanden auf dem Planeten. Ich will das mal wieder reparieren. Fünf Minuten. Oh, oh, oh. Ich erreiche jetzt auch gerade so eine Spanne, wo ich auch ein bisschen die Platte im Auge behalten muss. Ich will unbedingt noch landen. Ich will so unbedingt landen. Aber ich kann zumindest schon mal sagen, dass ich künftig höchstwahrscheinlich diese Flüge, das sind ja meistens so 10 Minuten, die werde ich wohl überspringen. Ich fliege dorthin und dann, wenn ich da bin, drücke ich wieder drauf, weil das ist, glaube ich, echt zu lang. Zum Aktivieren des Impulssprungs? Wow. Das erzählen die mir jetzt, ja. 10, 9, 8. Irgendwas ist hier leer, ne? Wow. Warte mal.